Hallo, wir können euch heute mal mitnehmen zu unserer Wildcourt-Sammlung. Es ist ja ein kalter Januartag. Wir sind in Thüringen unterhalb der Erwachsenburg. Und benieren euch einfach mit auf unseren Spaziergang und zeigen euch mal, was wir für unsere Zymusio heute sammeln wollen. Hier haben wir jetzt vielleicht die Taubnässe gefunden. Also wirklich weh. Ganz wunderbar für den Smoothie verwendet und für Salate brauchst du alles nicht dünsten oder irgendwie so einen Quatsch machen. Diese Blüten schmeckt süß. Die kann man abnehmen und aussutschen. Besonders was für die Kinder. Kannst du in den Körbchen legen. Ist natürlich toll, wenn du irgendwas dekorieren willst auf deinem Salat. Auf Wiedersehen. Möchen, zeig uns doch mal die Gänsenpünste. Hast du die Gänsepünste gefunden? Ja. Kannst du abflücken? Bist du pflückt? Bist du pflückt. Schmeckt ein bisschen herber, aber auch Kinder mögen das eigentlich ganz, ganz gut, weil es so schön aussieht. Und ja, ist jetzt nicht so agibig, weil mir nicht so viel pflückt auf einmal. Also kannst du schön zur Decoration auch verwenden. Ja, wir filmen dann auch mal in deinen Körbchen rein. Hier ist die Knoblauchauke. Die guckt also jetzt schon wieder durch die Erde. Wenn du dir bei den Blättern nicht ganz sicher bist, ist es das jetzt oder nicht? Kannst du einfach ein bisschen reißen, ein bisschen in deinem Finger reiben und riechen. Und wenn du denkst, hm, hat irgendwie was sehr nach diesem markanten Küchengewürz Knoblauch. Dann wirst du schon herausfinden, dass das eben die Knoblauchauke ist. Kann es auch kosten. Ist jetzt vielleicht für den Smoothie nicht in großer Menge geeignet hier. Du kannst dich immer reinstecken. Aber sehr delikat für den Salat. Ja, die ist unsere Mimi. Die kommt immer mit spazieren. Das ist das Labkraut. Es heilt sich als Unkraut wunderschön in Gärten aus. Und bleibt sogar manchmal ein bisschen an der Kleidung hängen. Manche sagen auch Klette dazu. Das ist aber eigentlich jetzt etwas Labkraut. Das kannst du auch schön, buschig pflücken, weil es sich meistens sehr üppig ausgebreitet hat auf der Wiese. Das sieht man hier sehr schön. Kann man also tonnenweise pflücken und sein Smoothie reinbrauchen. Ich habe jetzt hier mal so eine alte Brennnessel gepflückt. Ja, man sieht, die Brennnesselzeit ist im Januar dann spätestens vorbei. Aber wenn du jetzt wirklich einen Eisespeicher dringend wieder auffrischen musst, kannst du dir natürlich die kleinen grünen Plätzlein noch abzupfen. Wenn sie noch nicht so geschickt ist mit deinen Händen, dass sie dich nicht nässelt. Dann ziehst du natürlich Handschuhe an. Aber dann spätestens mit den ersten Frühlingsstrahlen werden die kleinen Brennnesseln wieder rauskommen und sich herausstrecken. Weil ja, die Brennnesseln wunderbare Samen im Herbst abgeworfen haben, die du genauso verwenden könntest. Zum Salat streuen. Sehr eiweißhaltig. Och, jetzt habe ich mich geworfen. Ja, Mama. So. Dankeschön. Wir haben ja was für das Schafgerund. Mäh. Schafgarbe. Damit braucht man es natürlich nicht zu übertreiben. Wenn man steht. Das ist der Klee. Relativ geschmacklos. Die Blüten sind im Sommer schön süß. Auch zum Auszutschen für die Kinder ist das immer ganz toll. Und wenn du den Klee aus dem Wald erwischst, dann ist das der Sauerklee. Hier sind die Brombeeren. Und die findest du auch im Winter, wenn dicker Schnee liegt und du dich ein bisschen frei machst. Die Jungenblätter sind nicht ganz so herb. Hier hinten dran hast du die kleinen Stacheln. Die knickst du einfach weg. Und in Smoothie fällt das ja gar nicht auf. Du kannst da auch mit den Fingern so ein bisschen einfach wegdrücken, wegschauen, wenn sie noch jung sind. Und dann kannst du es dem Kind in den Mund stecken, damit es gleich kaut. Die älteren Flätter, also die dunkleren Flätter. Ja, das sind die, die schmecken etwas. Ja, der Geschmack bleibt dir noch etwas länger auf der Zunge liegen. Wenn du es eben noch nicht so mit den Wildkräutern magst, dann würde ich erst, äh, ja, wenn du jetzt erst damit anfängst, immer mal Wildkräuter zu essen, dann bevorzugst du vielleicht die jungen, frischeren Blätter. Aber auf jeden Fall findest du das immer. Im Winter, im Wald, in den Hecken. Hier ist ja mein Lieblings Wildkraut, der Löwenzahn, den meistens alle anderen wegen dem Bitterstoff nicht so sehr mögen. Daneben ist der Efeu, den kannst du natürlich nicht essen, aber kannst andere Sachen draus machen, Spülmittel zum Beispiel. Wenn man hier ein bisschen sucht, findet man auch schon die Blätter von Breitwegerich. Nicht nur für den Smoothie, sondern auch wenn du jetzt, oder wenn sich deine Kinder verletzt haben im Garten oder irgendeinen kleinen Stich haben. Kannst du zusammen kneten. Dann kannst du es dann wieder auf den Treiben oder auch mit Spucke vermischen, zusammen katschen und auf die Wunde legen. Ja, macht sich auch gut im Neben-Smoothie natürlich. Gibt es auch noch den länglichen, den Spitzwegerich. Mit einer ähnlichen Wirkung. Und hier können wir nochmal sehen. Das ist nicht die Prennessel. Das ist Ehrenpreis. Der Ehrenpreis. Der riecht auch richtig schön nach so Ziegenkräutern. Hier ist das Plötzlein einer Walderdbeere. Hier ist das Plötzlein einer Walderdbeere. Jetzt natürlich leider ohne kleine Beeren dran. Aber kannst du entweder auch für deinen Kräutersalat, für deinen Smoothie verwenden, für alles was eben grün sein soll. Oder du kannst es auch in den Tee mit reinmachen. Aromatisieren. Ja, hier in Thüringen, so um den Thüringer Walderdbeere herum, findet man viele Schneechen. Kann schon bei den Sammeln eine Pieksie-Angelegenheit. Aber wie du willst eine, ja? Nachdem der Frost schon reingekrochen ist, ist das gar nicht mehr fertig. Da drin ist ein Kern. Und der Aussprung kann. Die braucht man nicht immer zu Saft auskochen oder Marmelade oder Mus oder was auch immer. Es alles dazu noch gibt. Kannst du natürlich auch gleich so zum Naschen nehmen. Hier, du kannst eine bekommen. Oh, da magst du Kugelarbeit. Kannst du natürlich auch ohne Kern dann in den Smoothie reingeben. Jedenfalls auf eine gesund frische Nascherei. Hier ist der Feldsalat. Das ist auch gut. Ja, das wächst auch hier. Einfach zwischen Wald und Feld. Mit ein Rutschnoten dran. Also wenn du genug sammelt hast, hat sich das sogar noch beim Papier-Salat an. Und daneben sieht man eben die Kugeln hierher. Oder auch Hühnerschäber in manchen Regionen genannt. Relativ geschmacksleutral. Also weder bitter noch sauer. Kugeln oder Kugeln oder Erbschäber oder Schnee-Emschäber. Das ist mein Name auch genannt. Gut, dann wollen wir mal unsere Kürchen liegen und gucken, ob wir mal den Schnittlauch gehen würden. Schnittlauch gehen. Schnittlauch gehen. Bei unserer Mimi habe ich ihn schon vertreten. Die steht gerade jetzt vor. Der will Schnittlauch. Hier neben Feldern und Wäldern wohnt. Nicht unbedingt in der Strohstadt. Da kann er auch den Schritt nach draußen wagen. Und seinen Schnittlauch einfach setzen. So gut wie hier die Schlehen wachsen, wächst auch der Weißdurm. In manchen Regionen werden die Mehlfesseln genannt. Die schmecken also wohlig-mehlig. Ja, die kleinen roten Bären, die die Kinder so gerne naschen, kann natürlich auch die Oma naschen oder der Opa, wenn es Probleme mit dem Herzen gibt. Und zum Schluss unserer kleinen Euterführung können wir euch mal unser Büchlein zeigen, was wir gerne mal mitnehmen und auch mal nachgeschmacken. Deswegen machen wir die Schlein und den Weißdurm. Und wir haben den Weißdurm. Und wir haben den Weißdurm. Und wir haben den Weißdurm. die verschiedenen Räume, wo man also was finden kann. Ob Wald, Wiese, Gewässer. Und es wird auch nochmal auf die dicken Doppelgänge eingegangen. Und damit verabschieden. Und jetzt von euch. Bis bald!